Ich will den Enderman Ich spring schon mal nach hause boing 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 wir haben Flummi Oh mein Gott, hier sind zwei Endermans Und es ruckelt gerade so übelst Ich bin tot Nein Der hat mich direkt gewonnen hittet Lol Direkt neben dem Haus, also neben dem Dorf Du musst zum Dorf und mein Kunde zu Ende tragen Place Ich bin fast zu Hause Ja, dann lauf nochmal zurück So im Kack nur bist du Ah, hier sind zwei Endermans Wo ist das Problem? Wir brauchen die Enderpearls Ja, die haust du einfach um Aber du lässt dich ja töten von denen Oh Ohne Essen Ohne Heal Du hast mir ja nicht mehr Essen gegeben Ich hab ja gesagt, gib mir Essen Ich hab nicht mehr Ja, wo hast du denn die Brote, die ich fallen gelassen habe? Hab ich nicht eingesammelt Das waren Brote Das waren Brote Brote sind doch so lecker Das waren Brote Brote sind doch so lecker Bist du noch im Dorf? Ja Ich komme Ich komme Hallo Hallo Dankeschön Hast du die Play Sword wenigstens aufgesammelt? Ja Ja Power Plays Powder Genau, richtig Plays Sword ist ja das Einzelne Ja Gut Da bin ich verfrieden Weil das war das Wichtigste eigentlich Hast du deine Spitzhacke Ja Ich bin tot Ich hab die Diamanten einstecken, gell? Ja Ich bin gerade dabei Alles aufzusammeln Was du so Fallen gelassen hast Ja Ich Ich hab die Diamanten Ja Ich hoffe doch, dass ich das alles mit hab Oder muss ich nochmal kommen? Ich denke ich hab dein Zeug Ja gut Hier liegt halt noch einiges rum Ja was einiges Also muss ich nochmal kommen oder nicht? Du hast ja noch Pilzsuppen gehabt du Sack ey Ich brauche selber Puh ey, noch zwei Stück Ja und was soll ich essen? Anscheinend hattest du ja noch essen, sonst hättest du ja schon gegessen gehabt War gerade dabei Ja es ist nur Erde Steine Und das war's Den Rest muss ich haben Ja und meine ganzen Waffen Ja ich hab ein Knockback Ein Iron Dingsbums Komplett verzaubert Jo Hallo Wissen du jetzt? Ich lauf gerade hier Dir entgegen Ja Liegt da noch was? Ja ja Erde Und Äh Steine Glaub ich Waren das noch Lalalalala Ab nach Hause Es wird gefährlich Gerade ohne Rüstung ist es gefährlich Gäh? Vielleicht liegt da auch noch Iron dabei Also guck lieber nochmal gäh? Ja aber ich bin gleich tot Also von daher Schaff ich eh nicht Meinst du? Ja schaff ich nicht Noch tot? Verdammt Weil ich hab nur 13 Iron Oray Ja dann Fehlen 60 Scheiße Ja Pash? Pash? Wieviel Pfeiler hast du? Äh Kein einzigen Kein einzigen Und da lagen auch Da lagen auch keine Doch muss Ich weiß nicht Da lagen keine Ich bin alles durchgegangen Weil ich hatte nämlich ein Bein stecken So 100 13 Stück Hatte ich auch Hatte ich auch Wie ich da mal da gestorben bin Ich renne gleich nochmal zurück Ich leg jetzt erstmal ab Wollen wir eine Kiste dafür machen Das sind keine Pfeile gäh? Nein So Ich würde sagen Wir holen die Offscreen So dass die Leute das nicht nochmal sehen müssen Dass wir wieder hin und her rennen Können wir machen So So Dann machen wir nämlich jetzt auch mal eine Aufnahmepause Nach dieser Aufregung Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bewerten Kommentieren Nicht vergessen Euer Darkally Und Blaze Bis dann Tschö tschö Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Mit Blaze Gude So wir hatten gerade ein paar Aufnahmeschwierigkeiten Wir haben in der Zwischenzeit Nur ein bisschen hier das Feld abgeerntet Und das war es eigentlich groß Wir sind gerade dabei Endermans zu farmen Wir möchten mit euch nämlich in den Nefer gehen In diesen wunderschönen Nefer Und den Drachen bekämpfen Wir hoffen dass es zumindest jetzt besser geht als vorher Ich hoffe es auch Ja Ja Weil gerade eben hat der Server rumgesponnen Wir konnten nichts laden und so weiter Naja Gut Schauen wir mal Schauen wir mal In welche Richtung laufen wir denn? Ähm Um Endermans zu suchen Endermans Nächster sind die nicht, gell? Bitte? Im Nächster sind die nicht Nee So ich hab dir heute mal die Musik erst nochmal ausgelassen Aus dem Grund dass wir nicht wissen ob das vielleicht da dran liegt Darum gibt das heute eine musiklose Folge Vielleicht gibt uns ja Minecraft so ein bisschen Musik ab und zu mal Guck mal da sind Hundis Hundis Da ist ein Loch Ein riesengroßes Loch Wo? Hier Echt? Noch einen Block Ja jetzt bist du reingefallen Verdammt ich bin reingefallen Bin ich aber nicht Dann geh zurück zum Haus und treib da irgendwas Unwesen oder so Weil ich sehe alles Na gut du hast den ja auch aufgemacht Ja richtig Aber ich kann in der Luft laufen Das ist gut Jetzt bin ich runter gefallen irgendwo Ach ich liebe Minecraft Ja So laufen hier Ja Schon wieder runter gefallen Ja da ist ja auch ein Berg Du bist im Wald Ja da ist ja auch ein Berg Du bist im Wald Ja ich glaube ich bin Ja du Vet nav Das sitzt CI Ich weiß ich weiß in der zwischenzeit weiter weil wir möchten euch jetzt nicht mit dem ewiger sucherei nach kleinen augen nerven sondern wir möchten euch ja zeigen was sich dahinter verbirgt. so sieht es aus. so sieht es aus ja. also das ist ja denke ich dann auf dauer ein bisschen langweilig. das kann jetzt auch sein dass halt bei stunden einfach rumlaufen und nix finden. richtig. da wir neun oder sowas brauchen. also von daher kann das auf dauer langweilig sein. jawohl ja. weil ich hab noch keinen gefunden. geschweige denn gesehen. ja ich auch nicht. ich hab hier nur eine riesengroße steinfläche gesehen. ganz oben. also. aber dir passt das so überall rum. ja hier. ja. bei mir backts da hinten aber auch gerade rum. ich kann da hier in den berg reingucken. da ist auch ein loch bei mir. hallo loch. vielleicht sehen wir. guck mal in die löcher rein. vielleicht siehst irgendwas über mega großes interessantes. wenn du ins loch reinguckst alles weiß. naja ich seh die welt. oh jetzt weg. wir brauchen endemens. wir brauchen endemens. ja ich glaube nicht dass wir jetzt welche finden auf die schnelle. glaubst du auch nicht. ich würd sagen wir warten einfach auf die nacht. in der nacht kommt die halt auch zu genüge raus. dann werden wir es probieren. wenn es dann nicht funktioniert dann werden wir eine aufnahmepause machen. so eine 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stündige. dann werden wir wieder anschalten. was bei euch dann nur eine sekunde dauert. während wir die haben. so ich weiß eine ist drinnen. eine enderpearl im portal. und man braucht auf jeder seite drei. das heißt wir brauchen 9, 12, 11 stück mindestens. wir werden ein bisschen mehr fahren. falls wir doch noch ein paar mehr brauchen. jawoll. ja. so sieht es nämlich aus. so jetzt muss nur noch nacht werden. wieviel haben wir denn? keine ahnung. ähm. da hinten ist unser schneegolem. der ist ausgebrochen. wie ist der ausgebrochen? ich hab doch gesagt der ist weg. ja nicht der in der schneewelt. jetzt auch noch hier. nein. und das gemeine ist der läuft sogar noch hier rum. dafür stirbst du schneegolem. bin der tot. schneewalschlacht auf das huhn. und ich treff nicht. aber ich glaube ich finde nie wieder zurück, gell? äh. ja doch. mit sterben. nur dass du dann alles verlierst, ne? ja. doch ich glaube ich sehe das Haus. du siehst das Haus. du siehst das Haus. du siehst das Haus. tja. ja ich sehe dich auch. da hinten rumgurken. ich sehe dich nicht. ich kann dich auch genau sehen. baby. kleiner fernseh ein kleiner fernseh sag ich wo ist hier im fernseh? bist du gerade reingegangen? ach so ok ich weiß ganz was das hier ist hier ist ein schwarzer block ja ich weiß den hab ich da hingesetzt das ist Wolle